Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bomberman 64 The Second Attack Und wir befinden uns mitten im Kampf gegen Zeal Und dann versuche ich die jetzt mal zu bekämpfen Boah, diese dumme Donner-Slampe Eie Wow, ach ich kann kein Remote Control, fuck Okay Da hört der Spaß auf, verdammte Boah Lass mich in Ruhe So, friss das Bitteschön So, warte mal, kann ich die nicht, scheiße, ich war nicht schnell genug Na komm Moment, ich kann doch Bombs kicken Ui Okay, das ist gemein Yes, erster Treffer Okay Lass mich in Ruhe, oh, Hilfe Volleinrichtung hier Ah, die hat doch einen Knall Ja, Treffer, Treffer Nein, hallo, scheiße Okay Na, das ist nicht witzig, du So, na toll Das hat nichts gebracht Das wenigstens Nein Ja, sie hat auch einen Schaden gekriegt Okay Das heißt, ich habe hier schon zwei Oh man, dieser Blitz Nein Okay, ich glaube, diese Runde verliere ich Ah, na warte So Okay, so, das müsste reichen Ach, scheiße Hätte ja klappen können Yes Komm, bitte, bitte, bitte Ach man Warum hältst du so viel aus, du Ah, kacke Ich glaube, das wird nichts mehr Ah, du Frisst das Und dies Und den Okay Das Hat auch wieder nichts gebracht Ah, ist das toll Ja, Treffer So, warten Okay, sie macht Donner Gut Bitte Nein 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 Scheiße Ich weiß schon, warum ich sie hasse Neuer Versuch Na toll Und ich starte hier Ah Okay Hier musste ich rein Und dann kämpfe ich gegen sie, oder? War es nicht so? Ah Ja, doch Die Tür ist noch offen Los, einfach durch Schnell Bomberman Wir müssen es hinter uns bringen So, kann man die Szene hier nicht überspringen? Nein Okay, wir dürfen uns die Szene nochmal antun Ich werde es aber nicht vorlesen Weil ich das im letzten Video schon getan habe Ah Ja Ich will nicht wissen Dass das deine Show ist Ziel Ich mag dich echt nicht Aber ich habe es euch ja gesagt Es ist die dumme Donner Bitch Die mir das Leben zur Hölle machen wird Und ich hatte Recht damit Warum ist die so gemein? So kaltherzig Und so gemein Ich meine, sie ist weiblich Sie müsste eigentlich großzügig sein Aber nicht Also Mir wäre es wirklich lieber, wenn sie etwas Freundlicher wäre Ja Lilis Die wird jetzt umgebracht Naja, nicht unbedingt umgebracht Aber Ihr wird erstmal ein bisschen Schaden angerichtet Sie wird geröstet Genau Ah, die Arme Aber das kriegst du jetzt wieder, Ziel Erstens, weil du mich besiegt hast Und zweitens, weil du Lilis besiegt hast Na komm Ja Auf geht's Auf in den Kampf Gegen Ziel Runde 2 Fight Yeah Los geht's Und friss Bomben Oder stirb Na komm Bitte, bitte Ja Triff 1 So Jetzt hab ich nehmt No Weg hier Oh Gott Ich hab vergessen, dass Diese Elektrokugeln von ihr So Dass die Ja komm, komm Mist Die steht viel zu schnell auf Ja, doch Es hat was gebracht Ja, 3 Okay Es läuft super Es läuft super Komm, ich schaff's Die Donnerbitch ist Gleich Geschichte Nach Wie auch Nein, nein, nein Weg hier Weg hier Oh Gott Bloß weg hier Ein Treffer davon Und ich bin Geschichte Nein, 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 nein Oh, dann ist sie auch noch Geschütz dadurch Ey, das ist Nicht witzig Na komm Oh, die kickt die Bombe Immer weg, ey Mann Du sollst die Behalten Das ist ein nettes Geschenk Von mir Also, nimm es an Oh Gott Nein, bloß weg hier Oh Das ist Nicht fair Definitiv nicht Na Komm So, jetzt aber Okay Nein Weg hier Ah Die geht mir gerade sowas von auf den Kick Oh Gott Vor allen Dingen Wenn ich mich jetzt von dieser Attacke treffen lasse Bin ich tot Und das will ich nicht Nein Ah, Dreck Komm Yes Vier Treffer Vier Wie viel brauche ich eigentlich bei der Fünf Wie, immer noch Scheiße Dann ist es bestimmt sechs oder so Mann Irgendwann muss die Auf jeden Fall kaputt gehen Ah, ich hasse es vor ihr zu pflichten Weil sie diese dumme Knockout-Attacke hat, ey Ah, Mann Okay Wie du willst Friss Bomben So, wie willst du damit zurechtkönnen Ja Ich hab dich besiegt W- W- What? I lost But But That's impossible How? Tja Ich bin dir einfach zu Haus hoch überlegt You Lose Zier Hey Lilis Du lebst ja noch Lilis You're alive Nee Tommy Das hätte ich jetzt nicht gedacht You No You're still alive Of course It must be As Master Rockyfield said It's the power of the goddess Mihael You have become her avatar Was kommt jetzt? Avatar? What are you talking about, Zier? You haven't realized it yet But now No Soon Ha Was du W- What's happening? How? Was war das? Bist du noto, Lilis? What's happening, Lilis? You see? You do have the power of the goddess Hm They were right I should have underestimated you Wait Zier What are you talking about? What goddess? Rockyfeld Oh Master Rockyfeld Be careful Zier Tell me Oh Master Rockyfeld Sie ist tot Gott sei dank Why me? Why do I have this power? Avatar Girls I don't understand Lilis It's alright Be struck Thank you Bommie I'll be alright I have to go I have to find out What's happening to me I'll see you again Yo Tschüss Man sieht sich Spätestens beim nächsten Planeten wieder Bommie hopes Lilis is Alright Maybe Lilis is just sick and needs a doctor Nee Das glaube ich nicht Naja Ihr werdet es im späteren Verlauf noch erfahren Was das alles damit auf sich hat Come on Bommie Let's get the elemental stone We'll meet Lilis again Tommy knows we will Ja Sei doch Spätestens auf den nächsten Planeten wird sie bestimmt wieder auftauchen Yeah Und wir haben You defeated zeal You have lightning stone It makes bombs that discharge electricity They can be used to destroy machines Wow Wer hätte das gedacht Use the C-Button to switch bombs We'll see in a second Won't we Natürlich werden wir sie wieder sehen Pommie So Und nun da ich jetzt meine neuen Bomben habe Meine Elektrobomben Woohoo Ja Muss ich erstmal gucken Wofür ich die am besten verwenden kann Ich Hab jetzt nur mitgekriegt Dass die Maschinen zerstören können Ich glaube Das soll mir sogar weiterhelfen Hier in diesem Level weiterzukommen Ich bin mir nicht ganz sicher Ich muss ja nur noch diesen Schwerkraftgenerator finden Eieiei Und diese Münze tut mir weh Steh auf Bomberman Hier ist keine Wir haben nicht die Zeit zu schlafen Ah Nein Ja ich mache selbst Mod hier Okay So Ja und Herz Her damit Oh Mann Ich mache doch lieber die Feuerbombe erstmal Solange wie ich noch in diesem Raum bin Ah So Riesenbombe Und Frisst das Alle drei Mega Bäm Okay Auf geht's Raus geht's Und weg hier So Äh Jetzt muss ich gucken Soll ich erstmal runter Ich meine Warte mal Ah ne Start war die Karte Genau Äh Da war ich schon Da war ich schon Da muss ich noch Da war ich noch nicht Da komme ich noch nicht hin Da weiß ich nicht wie ich da hinkomme Okay ich falle da erstmal runter Und gucke mal ob ich in diesen geheimen Raum da reinkomme Wow Ah ja genau ich muss diese Karten hier noch zerstören Stimmt ja Diese mysteriösen Karten Wer weiß wozu die gut sind Oh ich habe mir schon die Hälfte vergessen wo die hier anrissen Was erhalte ich You have Queen of Hearts Das wollte ich nicht wissen Okay Leute Zeit wird wieder knapp Ich würde sagen Im nächsten Video werde ich diese ganzen Karten suchen Und mal gucken ob ich irgendwie noch ein paar Hinweise finde Gut Leute Im nächsten Video geht es weiter Ich habe Sie besiegt Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin auf Wiedersehen